Er ist der Checker Kauft Darts und Zubehör auf Dartspool.de Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Darts Und ja Freunde, ihr habt richtig gelesen, ich habe tatsächlich mein aller aller erstes Darts Turnier gewonnen Ja also ich kann euch mal erzählen, ich habe euch da so lange schon nichts mehr darüber erzählt, wie es die letzten Wochen so gelaufen ist Und zwar, ich spiele nach wie vor so 2-3 Turniere die Woche Und nachdem ich jetzt in den letzten Wochen eine kleine Krise überwunden habe, weil eine Zeit lang hatte ich echt das Problem Es lief nicht mehr so gut, ich habe ein paar Sachen an meinem Wurf geändert und jetzt läuft es wieder Und ich kann euch einen Tipp mal geben, den ich selber für mich herausgefunden habe Und zwar, ich war übelst verkrampft, habe auch Rückenschmerzen und so bekommen beim Werfen Und habe mich immer gefragt, woran liegt es? Und zwar habe ich mit der Hand den Darts sehr sehr eng gegriffen, also sehr doll zugegriffen Und das ist ja auch logisch Freunde, wenn du hier verkrampft, der ganze Körper, vor allem die ganzen Sehnen und die ganzen Muskeln Hängen so dicht beieinander, wenn du hier verkrampft, das geht direkt in den Arm über Das kann direkt wieder an die Schulter streuen Und ich war so, und jetzt habe ich den Darts einfach ganz entspannt Und alles hole ich nur aus dem Arm, weil mein Arm ist ja gerade zum Glück Und das ist ein kleiner Tipp vielleicht für die von euch, verspannt sind oder Schmerzen haben und so Klar, man kriegt trotzdem Schmerzen, wenn man 4 Stunden am Tag spielt Vor allem, wenn man sich da noch nicht dran gewöhnt hat Generell hatte ich in letzter Zeit oft Schulterschmerzen Und da habe ich mich immer gefragt, ob ich zu sehr aus der Schulter werfe Aber es war halt tatsächlich diese verkrampfte Hand Also das kann auch mal helfen Leute Ich habe halt meinen Wurf generell die letzten Wochen so viel beobachtet Das hat den Grund, dass ich dieses Wochenende, also wenn ihr das Video seht, morgen Spiele ich, hatten eine Bundesliga-Aufstieg Ich werde euch natürlich erzählen, ob es geklappt hat oder nicht Es wird auf jeden Fall nicht einfach Da fahre ich auf jeden Fall mit meinem Team hin Also während ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon im Auto dorthin Und schaue mir das Ganze an, Freunde Und die Woche danach ist natürlich auch noch Kiel Das heißt, da werde ich natürlich auch nochmal auf der Bühne spielen Okay, klar, dann habe ich jetzt keine hohen Erwartungen dran Weil ich sowieso keinen dieser Spieler besiegen kann Bisher zumindest nicht, auf meinem bisherigen Leistungsplan Aber, jetzt kann ich euch verkünden Letzte Woche bin ich schon bei einem sehr guten Dart-Turnier in Berlin Dritter geworden, alleine, also im Solo-Modus Hab da unter anderem, auch mit ein bisschen Glück muss ich sagen Einen der besten Spieler in Berlin, 3-0 geschlagen Einen Bundesliga-Spieler Und bin dann am Ende des Tages, wie gesagt, Dritter geworden Also es läuft ja so ab, habe ich euch schon mal erklärt Es gibt eine Gewinner- und Verlierer-Runde Und ich habe in der Gewinner-Runde das Gewinner-Finale 4-3 verloren Dann rutscht man ins Verlierer-Finale, habe ich auch nochmal 4-3 verloren Also hätte ich beides theoretisch auch gewinnen können Unlucky, wie der Dart-Spieler sagt Und jetzt ein paar Tage später Bin ich zum Doppelturnier gegangen Mit meinem Kollegen Oschi Und dort haben wir wirklich Wir haben noch nie zusammen gespielt Und wir haben uns einfach da angemeldet Wir dachten uns, okay, komm, wir machen einfach mal mit Und haben es geschafft, Leute Dieses Turnier einfach zu gewinnen Ich habe meinen allerersten Turniersieg gestern geholt Die 27 Euro Preisgeld Habe ich sowas von genossen, Freunde Nicht, weil ich die 27 Euro brauchte Sondern weil es einfach ein geiles Gefühl war Dass ich die letzten Wochen mit Darts Plus gemacht habe Ich habe Plus gemacht mit Dart-Spielen Und da sind Getränke und Anmeldungen der Turniere Schon von abgezogen Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Plus gemacht Aber es geht natürlich nicht ums Geld Sondern das wisst ihr Sondern diese Beträge sind mir egal Sondern es geht einfach darum Dass ich einfach dafür belohnt wurde Die letzten Wochen so hart gearbeitet zu haben Jeden Tag mich ans Board gestellt zu haben Und es macht mir einfach extrem Spaß Dart ist einfach so eine geile Sache für mich Es ist so eine wichtige Sache für mich geworden Ihr merkt es ja einfach, wie ich auch drauf bin und so Und es ist einfach schön, ein Hobby zu haben Ihr merkt sogar, seitdem ich Dart so ernst nehme Läuft YouTube sogar besser Weil man im Kopf nicht mehr nur bei YouTube hängt Sondern man hat zwei, drei, vier Termine die Woche Wo man gar nicht an YouTube denkt Wo man im Kopf quasi Okay, er ist nicht frei Sondern ich bin auch beim Dart natürlich sehr ambitioniert Und habe sehr, sehr hohe Erwartungen an mich selbst Aber er ist wenigstens was anderen beschäftigt Ich weiß nicht, wie er die Freiräume gibt YouTube-Videos aufzunehmen Ich denke, das macht Sinn Also es ist quasi der perfekte Ausgleich Und ja, also es war gestern halt so Erst, also wir haben jedes Spiel gewonnen Ja, wir waren nicht mal in der Verliererrunde Das heißt, wir, doch, wir haben doch Oha, doch, wir haben ein Spiel verloren Und zwar richtig krass Ähm, es lief halt so Erstes Spiel gewonnen Zweites Spiel gegen richtig Nee, erstes Spiel war sogar mit gegen die Stärksten Haben wir gewonnen Da habe ich auch eine richtig wichtige 180 geworfen Als wir 266 Genau, wir hatten 266 Rest Ich habe noch 180 geworfen für 86 Es war ein sehr wichtiger Moment in diesem Spiel Weil wir lagen schon 1-0 zurück Das war ein Best of 5 Und haben dann dieses Spiel gewonnen Dann wieder gewonnen, wieder gewonnen, wieder gewonnen Und dann standen wir im Gewinnerfinale Haben dagegen zwei Leute gespielt Die wir überhaupt nicht kannten Die haben auch im Gewinnerfinale schlecht gespielt Wir haben 3-0 das Gewinnerfinale gewonnen Und standen damit automatisch im Grand Final So, dann haben wir im Grand Final Wieder gegen die gespielt Gegen die wir das Gewinnerfinale gewonnen haben Weil die halt dann quasi das Verliererfinale gewinnen muss Ich denke mal, ich verstehe das Haben die dann auch getan Und auf einmal packen die Jungs Die wir nicht kannten 121, 140, 139 aus Und wir so Ach du Scheiße Haben so auf einmal geshakt Wir haben dann tatsächlich das erste Finale mit 2-3 verloren Also wir haben 2-3 das erste Finale verloren Obwohl wir da schon 6 Matchstarts hatten Und mussten ins zweite Finale Die Besonderheit ist Das zweite Finale wurde im Verliererformat Also nur Best of 3 Also mussten wir das erste Best of 5 Haben wir verloren Und mussten dann das zweite Best of 3 gewinnen Und Best of 3 für alle Dartspieler von euch Ihr kennt das Ist eine eklige Distanz Beim Best of 3 kannst du gegen jeden verlieren Weil verlierst du mal dein eigenes Lag Hast du das Ding einfach verloren Triffst du mal doppelt nicht Hast du das Ding einfach verloren Weil du musst quasi abliefern Sind dann 1-0 in Führung gegangen Da habe ich 157 folgendermaßen verpasst 60, 57 und 1 Millimeter unter Doppel 20 Und hab dann sozusagen das krasse Highfinish verpasst an der Stelle Und genau Dann haben wir aber zum Glück das Ding mit 2-1 Einen Zittersieg Wir haben beide nicht mehr gut gespielt Wir wollten einfach nur noch beide das Ding gewinnen Ich wollte unbedingt mein erstes Turnier gewinnen Und er wollte mir unbedingt dabei helfen Das erste Turnier zu gewinnen Aber ich würde sagen Wir haben ziemlich ähnlich gut gespielt Ich wurde jetzt nicht durchgezogen oder so Gerade in den ersten Spielen Habe ich ziemlich gut abgeliefert Würde ich sagen Im Finale war ich natürlich nervös Weil ich sag mal so Früher war ich schon im ersten Spiel nervös Jetzt bin ich mittlerweile erst so im dritten, vierten Spiel nervös Weil man merkt Okay es geht was Und das muss ich noch abstellen Dieses es geht jetzt was Dann noch die Nervosität irgendwie abzubauen Das muss ich noch irgendwie lernen Aber ich bin ja in einem Lernprozess, Freunde Und ja Ich hab mich auf jeden Fall extrem gefreut Dass ich jetzt ein Turnier gewonnen habe Wie gesagt Wie das jetzt in der Bundesliga-Aufstiegsrunde und so läuft Werde ich euch auf jeden Fall später noch erzählen, Freunde Das wird auf jeden Fall anstrengend Von 8.30 Uhr bis abends Fünf ganze Spiele werden wir spielen Gegen fünf der besten Teams in den zweiten Ligen halt sozusagen Und das wird natürlich sehr, sehr interessant Also da bin ich mal sehr gespannt Was das wird, Freunde Ob das ein fröhliches Ergebnis gibt Aber auch selbst wenn nicht, Freunde Kann ich immerhin sagen Nach meiner ersten Saison Hatte ich schon die Chance da mitzuspielen Was auf jeden Fall auch schon was Geiles ist Ich hab erst im Dezember mit dem Liga-Betrieb angefangen Zu krass Somit sind das diese drei Darts Meine ersten Darts, in denen ich ein Turnier gewonnen habe Das sind die Scorpion V2 Darts Übrigens steht V2 für Version 2 Einige haben da irgendwie an die Rakete im Zweiten Weltkrieg gedacht Hab ich aber nicht im Kopf gehabt Sondern V2 heißt Version 2 Ähm, genau Also richtig geil, Mann Also ihr könnt das Ding euch gerne bestellen Mit Autogrammkarte wird es natürlich ausgeliefert Hab ich euch versprochen Ihr habt die letzten Autogrammkarten so schnell weggehauen Zu krass, Freunde Also Link ist ganz oben in der Videobeschreibung Das sind die Darts Genau auch diese mit den Flights, mit den Schäften Genau so habe ich gespielt, Freunde Ich liebe übrigens die goldenen Spitzen Die sind so geil, Alter Dann würde ich sagen, danke, dass jeder dabei war Danke für die ganzen Glückwünsche Die ich in den Kommentaren wahrscheinlich bekommen werde Also deswegen wollte ich mich jetzt schon mal bedanken Also für mich war es richtig geil Im Moment einfach als der Matchstart dann reinging Den mein Kollege Oschi halt ins Doppelzehn-Segment geballert hat Lustigerweise, da wiederholt sich die Geschichte Fällt mir grad auf Promi-Darts-PM haben wir auf Doppelzehn gewonnen Und das haben wir jetzt auch auf Doppelzehn gewonnen Zu nice, Freunde, auf jeden Fall Vor allem die Doppelquote war richtig gut gestern Ich hatte dreimal die Situation, dass ich mit einem Dart Ein Dart-Finish auch gecheckt habe Also ich hatte einmal den ersten Dart in der Doppelvierzehn Der erste Dart in der Doppelzweih Und der erste Dart in der Doppelvierzehn Das hat dreimal miteinander einfach perfekt funktioniert Also Doppelquote war zu krass gestern Ja, Freunde, dann würde es dabei sein Haut rein, bis zum nächsten Mal und Tschaui